Ahhhhhhhhhhhhhhhh Bin ich grad auf den Nagel getreten? Nein, hallo mein Lieben und herzlich Willkommen bei Neues Wünschen Shell Shop Heute mit den lieben FrozenFox Viel Spaß! So, ich fang schon mal an mit Pyrotechnik das ist die Endstufe von Feuerwerk okay nur weiß ich nicht ob ich direkt treffe ja 186 damage in deine dreckige scheiß fresse ja was war das für eine attacke der pyrotechnik und ich glaube ich habe sogar noch mal ich habe das sogar noch mal ja ich bin der pyroman darum schaut euch meine pyrus an man wird nie erlang der wird nie langweilig oder was ach so was macht er verändert bitte nicht zu sehr meine flugbahn sagt denn das doch ändert nicht meine flugbahn so jetzt gibt es noch mal pyrotechnik ja wohl neuer 2020 ist coming überspringen ein paar jahre zwei jahre meinst du ja in eure snitch fressen ja in eure snitch fressen ja 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 snitch fressen pyrotechnik 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 in eure snitch fressen ja pyrotechnik ja alter hier ist ja richtig rammeltag heute wir haben uns was geschworen ja wenn wir schwören dann ist das der schwur dann ist das der schwor dass das geschwürt dann ist dann ist das richtig das geschwürt alter pickel der gesellschaft king of junkies hier kommen die killi und robert wir haben eigentlich gute chancen und das jetzt nicht hören das gefühl die kann mich nicht leiden meinst du ja auch nein was habe ich gemacht was habe ich gemacht was hast du gemacht ich kriege ich jetzt nicht richtig gezielt was so nichts neues oder was so ich guck mal ich nehme mal den blumenstrauß hier ja nein habe ich dich getroffen jawoll ja durch diese scheiß eier die da im weg hängen diese diese lily oh man er lassen sich nicht verhauen es hat so gut angefangen ja das schaffen wir haben wir müssen uns noch richtig konzentration activated oh 3d bombe hier scheiße du solltest deine position wechseln und die kiste einsammeln ach hatte ich hatte ich vor nicht ja das ist gut so ich probier mal ja ketten segen massaker da müsste ich die da hinten eventuell treffen beide zwar nicht so viel schaden aber es sollte reichen perfekt 60 damage king of junkies hier dieser snickers das ist doch die schwester von bounty oder das ist die mutter vom eier ja ist doch die mass seine schwester von von den snickers twigs bounty da twigs oder rider ja tg nice er meint wohl nuke oder ach so hat er 80 der ist 81 der ist 81 ja ziemlich alt ähm nein wenn der eine atom bomb hat könnte er die beiden da was war das nein bitte nicht drauf gehen bitte nicht nein 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 gut du lebst noch mach irgendwas sinnvolles hat das spiel verlassen ja schön was 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 habe ich ein torpedos pedos was haben wir noch hier hüpfplosion hüpfplosion das ist sehr gut tödlicher fall zerbrecher na ich frage die kraft was am besten ist regenbogen kaktus zerbrecher kaktus wäre gut wenn du das bei robert da drüber zum explodieren bringst ich probier's ja sehr schön einer ist down hast du was getroffen robert ok ok du bist wahrscheinlich down leider ja ja 18 18 punkte habe ich noch aber die müssen ja du lebst was boah versuch das noch irgendwie gut zu machen ja wie denn keine ahnung das habe ich nicht irgendwas machen irgendwas sinnvolles am besten frozen fox hat das spiel verlassen ja genau was so hoffe ich driftet torpedos habe ich jetzt einfach genommen keine ahnung ein paar pedos das ist immer gut also ja scheiße scheiße ja das war's i'm going down ja die müssen aber auf dich schießen gut für die 5 hp ist das recht viel verschwendung eigentlich na die gehen auf all in die typen die kenn ich ja ich bin down ok ah Mist der macht kettensäge ok denn was mach ich ah ich versuch ja ich versuch's mit fluss ja hat ihn zwar auch ein bisschen getroffen aber aber kettensäge alleine hätte schon gereicht der hat gekrittet fuck splitterkrat ist das dein fucking ernst du kleiner mieser penner tja jetzt legt das alles an dir ja toll du musst die welt du musst die welt retten ja und unsere ehre kann ich torpedos auch in der luft machen was pedos in der luft kannst du auch machen ich versuch's mal elf schaden nice nein und der hat doppel damit nein nein ach der trifft doch sowieso nicht die stück scheiße die stück scheiße nein der trifft er überhaupt nicht trifft er? der oh zum glück naja ein treffer ich hab hier echt auch nur scheiß waffen los gib ihnen hier den rest ich geb ihnen das mech 200 wird das was? ja ja tschüss penner kann der jetzt noch irgendwas machen um dich zu killen ne was? mit 350 schaden habe ich noch nie gesehen jetzt kommt die baby möse die baby möse fliegt und go down mösen contest nice jawoll das lobe ich mir boah baa was hin barbaba barababa achso gab aber aber herzlichen 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 herzlich willkommen mit der rhabarbarkeit über ausreden gestern in der bankbar und sind jetzt in der rhabarbar und wieso bist du mein gegner wir haben team nicht eingestellt wir haben wahrscheinlich hat es nach dem einzigen team team 1 das ist die rhabarbar hat ja auch was dann kämpfe ich halt gegen dich so wie es meine natur ist genau meteoriten schauer gut ihr klein miesen klein diesen kleinen wichser was ich soll mir wohl selber die fresse einhauen ja was so dann kriegst du jetzt kriegt ihr jetzt ein paar kaulquappen von mir schönen gruß aus der rhabarbarbar die sind da sehr für den russ aus der ja 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 bis jahre ein dreckiges wegschwetter ich fick euch so in den arsch der musste kript davon sagen dass er mal bent over der soll mal overlay machen nein 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 was ist das für eine scheiße und die erst recht naja hätte schlimmer sein können hätte hätte das ist raba das ist die rabe was denn leute ihr müsst unbedingt auch mal in die rhabarbarbar rein ihr müsst unbedingt in ihrer barbara rein Müsst unbedingt mal in die Barbara rein. Ja. Okay, ich mach mal jetzt einen auf Ausgrabung. Allerdings könnte sein, dass das ein bisschen Filch liegt. Eieieiei. Ja. Das ist die Barbara. Dein Maul. Du musst aufpassen, nicht, dass die Nachbarn hier runterkommen. Was mach ich denn? Das hast du gut gemacht. Oh, was hab ich denn hier? Doppeltanage. Schöne Schlusswort. Doppeltanage. Das ist die Barbara. Ich find's gut irgendwie. Ich mach mal hier Godraise. Ich versuch's einfach mal. Das ist sie. Oh, nein, zu weit. Scheiße. Schreit doch da ein bisschen rum. Mist. So. Okay, mein Teammate. Raptor K. Ist hier... Der Raptor hier. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich denke, auch mit dir hat Crypto One eine tatkräftige Unterstützung. So, was kommt da jetzt angeflogen. Ah. Aha. Das ist das. Sieht da richtig lecker aus. Oh, war ja. Alter. Ah, ja. So. Ich nehm mal... Sägeblatt. Ja, ja, ja. 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 Juhu. Schöne Schneise geschlagen. Da ist irgendwie ein Riss im Erdreich da. Ja, das sieht aus wie so ein Tanga. Wenn man ein bisschen Fantasie hat. Von hinten so. Dann guckt er bloß nicht zu lange drauf. Na gut. Ach, was. Du, was. Du kleiner... Du Wurst. Du kleiner Wurm. Du hast mich jetzt getroffen hier, oder was? Ich hab deine Route. Meine Route. Wenn du die hättest... Das wüsstest, ne? Es könnte sein, dass ich dich treffen könnte. Tö. 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 Pfeil und Bow. Bow and Arrow. Ja, schön rein in deine Snitchfresse. Wieso klappt das gegen dich am besten? Ich weiß nicht. Das ist der Herak... Was? Herakles? Das ist, äh... Miraculix. Das war doch der mit den... Mit den... Das war der ohne Eier. Ach so. Mit der mit den Senfeiern, oder? Das war der ohne... Was? Was? Ne, mit den... Mit den Eiern. Take Eier. Nice. So, mein lieber Frozen Furtz. Ich muss jetzt leider sagen, dass du ausgedient hast, wenn der Vulkan trifft. Vulkan! Erhebe dich über die Vulva. Also was? Vulva Kahn! Ja! Tja. Den eiskalten Fox haben wir auf Eis gelegt. Leider. Ich betrachte das auch mit einem weinernden Auge. Einen weinernden Auge? Einen weihnachtlichen Auge. Scheiße. Nee, ehrlich. Also ich bin da nicht stolz drauf. Aber irgendwie schon. Das ist die... Ich versuche mal... Göttliche Strahlen. Schöne Grüße von... Barbara! Ey, das passt! Ich sag ja Barbara, ist das Losungswort. Ja, ja, ja! Ja. Nicht schlecht. Ich bin die... Ich bin die... Nee, man steckt jetzt langsam an. Du. Hashtag Barbara. So heißt die Folge. Wahrscheinlich. Nächste Runde spinnen wir mal zusammen, oder? Das ist ein bisschen traurig irgendwie. Was? Doppel-Ko. Was sind denn das für Spinnen? Ja! Wui! Was heißt das jetzt? Das ist die Folge. Ja, das ist ja... Das ist... Was ist das?